Hallo und willkommen zum neuen Video. Hier aus Lettland. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme mit Litauen und Lettland. Wir sind vorhin über die Grenze gefahren. Wir sind jetzt in Lettland noch nicht weit, 20 Kilometer vielleicht. Wir haben einen ganz netten Stellplatz gefunden. Hier hinter uns steht der Camper, direkt neben der Mülltonne. Da kommt wahrscheinlich noch irgendwas ran. Hier hinten ist eine nagelneue Sitzgelegenheit, Bank, zwei Bänke und einen Tisch und eine Feuerstelle, die sogar noch warm war, wo wir gekommen sind. Und ich stehe gerade hier vor der Legende der Stadt Nikas oder Nikar. Und ich schaue mal, dass ich hier mal eine Karte einblende, dass ihr überhaupt seht, wo wir ungefähr sind. Und wir sind hier ganz nah dran an der höchsten Düne Lettlands. Ja, die Dünen verfolgen uns aktuell. Die soll 37 Meter hoch sein und laut dem Schild da, 500 Meter, da gehen wir jetzt noch mal gucken am Abend. Die Sonne ist noch mal ein bisschen rausgekommen. Jetzt ist es dreiviertel acht. Papa, komm mit rein. Hier sind auch viele. Hier auch. Was macht ihr hier? Blaubären. Alten. Papa, mal. So, wir haben es geschafft. Wir stehen auf der größten Düne von Lettland. Die Düne ist nicht so wie die von Leber, das ist reinstecher Sandhügel. Die ist richtig bewachsen mit ziemlich vielen Pinien. Man hat aber trotzdem, wenn man hier durchschaut, einen wundervollen Blick auf die Ostsee. Jetzt sind wir ein bisschen weitergelaufen. Das ist jetzt hier die Straße. Ich kann mich mal kurz drehen. Nennen wir es mal Straße, der Weg, der bei unserem Wohnmobil weiterführt. Und, seht ihr schon hier, ja, Privatweg. Ich darf nicht reingehen, nicht fotografieren, nicht mit der Drohne fliegen und nicht filmen. Wir haben auf Google Maps schon gesehen, dass hier auch ein riesen Anwesen dann rechts sein muss. Es sah aus wie eine Mega-Villa. Keine Ahnung, wer da hinten sein Anwesen hat. Aber, da gehen wir jetzt dort vorne rechts. Da geht es nämlich zum Strand. Und, ja, gucken wir mal hier lang. So, das erste Mal an der lettischen Ostsee. Ist auch schon schön, so eine Ostsee-Tour. Guckt mal. Weit und breit. Von Tourismus keine Spur. Da hinten laufen ein paar Spaziergänger. Zwei mit Hunde. Dahinter noch zwei. Ach, die sind schon so weit weg, man sieht es kaum noch. Ist das nicht geil? Das gefällt uns doch viel besser als die Tourismus-Orte. Wo wir noch herkommen. Herrlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Die Luft rein? Die Luft rein? Morgen. Da hat der Kühlschrank geblinkt und da wissen wir, die Gasflasche ist leer. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht irre, die hat genau drei Wochen gehalten. Heute ist ja Montag. Und ja, dann ist jetzt quasi nach drei Wochen die erste Flasche leer. Jetzt habe ich die zweite geöffnet. Da haben wir quasi noch mal drei Wochen Zeit, um eine Station zu finden, um die erste Flasche quasi wieder vollfüllen zu lassen. Und wo wir hier eigentlich stehen, das zeigen wir euch dann gleich mal nach dem Frühstück. So läuft alles wieder? Kühlschrank kühlt, gekocht haben wir auch schon Wasser. Und ja, ich wollte noch mal sagen, wo wir hier stehen. Also ihr seht ja hier, ist auf jeden Fall ein Freistehplatz, der in keiner App drin war. Wir haben über Google Maps geschaut und genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Während wir hier parallel mal am Strand laufen, da seht ihr gleich mal, wie nah wir hier an der Ostsee stehen. Wir sind von dem Platz gestern nur 20 Minuten oder so weiter nördlich gefahren, einfach an der Ostsee entlang. Und hier waren jetzt innerhalb von circa zwei Kilometern mindestens drei solch schöne Plätze, wo man hier wirklich direkt an der Ostsee steht. Und wie Peggy gestern schon sagte, was uns ein bisschen fasziniert, ist hier so die unberührte Natur noch. Hier ist auch nicht alles in Privatbesitz, so dass man nicht rankommt und alles bebaut ist oder Zufahrt verboten oder was auch immer. Und jetzt stehen wir hier quasi direkt hinter der Düne, hinter diesen Bäumen, standen da die Nacht schön windgeschützt, weil gestern Abend hat es doch ordentlich gewindet über die See. Und jetzt gehen wir gerade mal hier vor. Das war dieses kleine, ich nenne es mal Waldstückchen, also eigentlich nur ein paar Bäume. Und jetzt geht es hier schon die Düne hinauf und dann stehen wir gleich an der See. Wir hatten dann gestern an dem Stellplatz gelesen, dass hier der Strand, also ununterbrochener Strand, von einem Ort weiter unten bis hier hoch quasi, 22 Kilometer lang ist und man kann den zu Fuß gehen und braucht dafür ungefähr acht bis zehn Stunden. So, ist es nicht herrlich? Kein Mensch, doch, da hinten ist jemand. Da hinten ist jemand. Das sind zwei, die haben wir gestern Abend schon gesehen. Die kamen mit dem Auto und haben hier oben in der Düne gezeltet. Auch ganz geil. Ja, wir werden jetzt hier eine Runde uns noch ein bisschen die Zeit vertreiben und dann habe ich zu Peggy gesagt, ich möchte heute gern mal ein paar Kilometer mehr machen. Mitte Juli ist schon rum und wir wollen ja doch noch eine ganze Ecke nördlich kommen. Deswegen fahren wir heute über den Mittagsschlaf, bestimmt zwei Stunden. Und ja, wo wir dann landen, zeigen wir euch nachher. Wir sind heute am Meer und wir sammeln heute Teile, weil heute ist ein schöner Sommer. Schon wieder ist nicht los. Jetzt erzählst du was. Ich erzähl was. Es ist schon wieder mega viel los hier. Quasi niemand. Wir waren. Musik Hallo, wir sind gerade auf dem Weg nach Windu und haben gerade an der Straße eine LBG-Station gesehen. Und da heute Morgen unsere Gasflasche alle geworden ist, haben wir direkt mal angehalten. Gut, Verständigung war nur mit Händen und Füßen und Sichtung. Danach hat sie genickt, sagt, ja, deutsche Flaschen kann sie befüllen. Also hat sie quasi mit ihren Augen gesagt. Ja, und bezahlt haben wir für die Füllung 16,50 Euro. Das ist natürlich super, ne? Ja, 25 Euro. In Deutschland bezahlt man. Ja, um die 25 Euro bezahlen wir ja in Deutschland. Genau, in Norwegen waren wir ja dann bei knapp 30. Hier, dann geht's weiter. Bis später. So, ein Stückchen weitergefahren. Stehen wir jetzt an einer Circle K Tankstelle. Kennt der eine oder andere bestimmt auch aus Skandinavien. Und hier gibt's immer so eine Serviceboxen. Und da zapfen wir gerade frisches Wasser. Allerdings muss man sagen, man braucht hier, es ist immer nur der Hahn da und ich schraube da einen Adapter drauf. Heute war mal eine Nummer kleiner als sonst. Und dann halt Schlauch ran, ein Filter und dann geht's ab in den Tank. Und wir werden dann auch gleich noch ein bisschen tanken. Kostet 1,93 Euro aktuell. Aber unser Tank ist recht leer. Da machen wir das hier gleich mal voll. Kasima, heulen. Warte, hier siehst du dich. So, wir stehen jetzt direkt an der Hafeneinfahrt von Windu oder wie das hier heißt. Da stehen wir irgendwo da hinten mit zwei anderen Wohnmobilen. Hier kann man diese zwei Schiffe hinter mir besichtigen. Und hier hat's einen Aussichtsturm, wo wir jetzt mal hoch wollen. Und so sieht's von hier oben aus. Aus der Richtung, dort kommen wir von der Küste. Dort ist die Hafeneinfahrt. Unter anderem kommen hier auch Fähren durch von Deutschland. Ich meine von Travemünde. Ja, die zwei Boote kann man besichtigen. Da steht auch unser Wohnmobil dabei. Hier unten kommt gerade noch eins gefahren. Da drüben diverse Bunker. Wahrscheinlich Öl, Erdgas, was auch immer. Und da noch der Blick Richtung Stadt. Und die drei halten Ausschau. So, wir laufen jetzt nochmal fort zum Leuchtturm. Und der Weg sieht ja ganz geil aus, oder? Sieht aus wie so ein Betonfriedhof hier. So, ein Zufall. Da haben wir gerade noch von der Fähre gesprochen, ne? Auf dem Aussichtsturm, habe ich ja gesagt. Die Fähre fährt hier. Jetzt sind wir auf dem Weg, oder kurz vor dem Leuchtturm. Kommt hier die Stena-Line, Stena Skandika, in den Hafen rein. Das ist doch geil. Man kann ja auch mal Glück haben mit der Zeit. Ja, und das ist das Fähre, Papa. Immer wieder herrlich, so eine Fähre. Und vor allem so eine Fährfahrt. Das fetzt schon immer. So, gehen wir mal hier hoch. So, weil es mich jetzt so interessiert hat, habe ich mal nachgeschaut. Die Stena-Line kommt jetzt aus Nynäsham. Das liegt in Schweden. Also die fährt heute Abend 0 Uhr wieder zurück und legt dann 7.30 Uhr in Schweden an. Und das würde uns vier mit Wohnmobil 195,50 Euro kosten. Das nur mal so zur Info. Ja, und dazu würden dann natürlich noch die Kosten für eine Kabine kommen. Und Peggy und Ben stehen hier gerade schon beim Leuchtturm und genießen die Aussicht hier über die Ostsee in den Hafen. Gucken wir mal, was wir Schönes sehen. Was kommt dir euch gerade Schönes an hier? Die Schwäne da vorne. So sind die Schwäne. So. 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 Die letzte Nacht haben wir an dem Hafen verbracht. Da konnte man nämlich kostenlos stehen, war aber für uns eine Katastrophennacht. Das ist immer so eine Sache in diesen Häfen mit den Jugendlichen, die dann noch bis in die Nacht da irgendwie, naja, ich sag jetzt mal Lärm machen müssen, aber okay. Und was krass war, das haben wir so oft noch nicht erlebt, waren die Möwen. Da war auf dem Dach nebenan so viele Möwen, die haben einen Lärm gemacht, dass wir bestimmt drei, viermal wach geworden sind. Wahnsinn. Ja, ihr habt jetzt gerade den Zeitraffer gesehen, die fährt jetzt hierher. Wir sind jetzt in der Nähe vom Kap Kolka. Ja, ich blende mal eine Karte mit ein. Das ist sozusagen eine Spitze, ein Kap, wo es in den Riegalischen Meerbusen reingeht und auf der anderen Seite zur Ostsee. Und da machen wir jetzt mal einen kleinen Spaziergang hin, bevor es dann heute noch weitergehen wird. Endlich mal eine ruhige Ostsee. Hi, ihr Lieben. Wir sind in Kolka. Ja genau, kurz vorm Ort Kolka. Wir gehen jetzt hier runter an den Strand. Das ist zum ersten Mal, dass wir hier die Ostsee ohne riesige Wellen erleben. Und wir laufen jetzt am Strand entlang bis vor zum Kap, zur Aussichtsplattform. Also so haben wir uns das zumindest gedacht. Mal schauen, ob es funktioniert. Und schon stehen wir auf dem Kap, das Kap Kolka. Und jetzt sehen wir hier eine quasi riesige Sandbank. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt. Das ist alles hier sandig bis dahinter. Ich versuche da nochmal eine Runde mit der Drohne zu fliegen, dass man das besser erkennt. Allerdings ist hier auch doch ganz schön was los. Und wir haben jetzt sozusagen hier kommt die Ostsee und hier rein geht es in den Riegarischen Meerbusen. Und hier hinter mir, wenn man es sehen würde, wären die großen Inseln, also die Saarema, die große Insel Saarema von Estland. Aber nichts zu sehen, nicht so weit weg. Hast du noch was dazu zu sagen? Ganz schön schmutzig hier der Strand. Voll geschissen. Ja, alles voller Möwenkacke, Federn, Knochen, Elfen, Tangen. Auf jeden Fall haben wir vorhin noch gelesen, dass die Strände rund um das Kap hier zu den Top 50 Stränden in Europa gehören, die eine unberührte Natur haben oder eine naturgelassene Landschaft haben. Was man ja schön gesehen hat an den ganzen Bäumen, die hier im Wasser liegen. Was halt extrem zu spüren ist, man sieht es bestimmt auch und hört es auch ein bisschen. Jetzt sind wir quasi auf der Westseite und hier ist es wieder richtig windig und da drüben war es total windstill. Genial. Aber wir gehen mal noch ein Stück, vielleicht schaffen wir es noch zu diesem Aussichtsturm, den es hier gibt. Ja, bevor wir dann uns dort ganz langsam wieder zurück machen. So, ich habe die anderen drei jetzt zurück gelassen und hier gibt es noch so einen Aussichtsturm, vor dem stehe ich jetzt gerade. Ja, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, einfach mal da hoch zu gehen. Da ist er. Und ja, mal zu schauen, wie die Aussicht so ist. Die anderen drei sind schon zu dem wunderschönen Strand rüber gegangen an die andere Küste, wo es so schön windstill ist. Und ich bin mal schon hergeflitzt. Gehe da hoch und dann gehe ich auch gleich hinterher. So, da bin ich oben und wie man hier sieht, ist das ein Vogelbeobachtungsturm. Burp Wurtscheng Tower. Yes. Und so ist hier die Aussicht. Vor allem selbst hier oben ist es deutlich windstiller als hier unten an der Ostsee. Ein bisschen merkt man es, aber es ist schon deutlich weniger. Das ist verrückt. Vorne zieht es ganz schön. Ja, und in die andere Richtung ist einfach viel Wald, Wald, Wald. Und da sehen wir stehen ein paar Camper rum. Da werden bestimmt einige stehen bleiben. Wir wissen noch nicht genau, wo wir übernachten. Wir wissen uns hier. Was nicht? Ja! Wo diese heißen? Wie geht es? Wo denn sie sind? Lass uns die Zeit anstets. Och, wo der? Untertitelung. Da. So, zurückgekämpft, die drei wieder gefunden. Hast du gut so zu sagen? Was ich zu sagen habe, ist, das Wasser hat hier eine mega Qualität. Also hätte ich von der Ostsee gar nicht so erwartet. Also hier. Ein paar Qualen gefallen dir nicht. Die sind jetzt aber irgendwie weg. Auf jeden Fall ist es extrem niedlich hier. Dann verabschieden wir uns von diesem Video. Wir schauen dann mal, ob wir die Nacht hier einfach auf dem Parkplatz stehen bleiben oder noch was anderes suchen. Das seht ihr dann, wenn ihr mögt, im nächsten Video. Wenn es gefallen hat, lasst gerne das Like da, ein kostenloses Abo und darüber freuen wir uns sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Achso. Jetzt jagen wir nochmal die Drohne hoch. Zeigen euch das mal. Bis dann. Tschaui. Bis dann. Tschaui. Jaui. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017